Einen wunderschönen guten Abend und Willkommen zurück zu Monster Hunter World im Coop mit meinem Kollegen, dem Alex. Der Alex hat sich jetzt mal wieder verkleidet und trägt die Original Borderlands Moxie-Rüstung. So jedenfalls schaut es für mich aus. Was heißt denn hier verkleidet? Was soll denn das hier? Das ist Diskriminierung? Das ist Diskriminierung? Hm. Du siehst halt so aus. Wumma, ich bin total niedlich. Oh, jetzt macht er auch noch Posen hier. Du sollst hier nicht irgendwelche Posen machen, sondern du sollst mit mir und für mich Monster töten. Oder fangen. Je nachdem. Ja, was machen wir denn heute? Wir machen ein bisschen Hauptquests weiter. Das ist so der Plan. Ja. Ich guck mal, wir haben uns jetzt mal oben hier in diesem... Wie nennt sich das kleine Action hier noch gleich? Ach, jetzt ist es, keine Ahnung, die Event-Ebene. Ich hab's vergessen. Event-Event. Versammlungs... Versammlungs... Versammlungsgebiet. Platz. Platz hört sich gut an. Genau. Ja, also wir haben uns auch was überlegt, wie wir das in Zukunft machen werden, weil das ja sehr grindlastig ist. Ähm, wir werden die Sachen so aufnehmen, dass wir die Hauptquests zeigen und vielleicht noch interessante Nebenquests. Und wenn wir vielleicht in Arena reingehen, dass wir, ähm, ähm, wo es vielleicht etwas herausfordernd wird. Aber so die reinen Grinds sagen, dass wir sagen, äh, dass wir sagen, ähm, Daniel möchte zum Beispiel sein, sein Schwert aufrüsten, wir brauchen dann noch die und die Teile. Das werden wir dann nicht aufnehmen. Das machen wir dann einfach, äh, off-air, weil ich denke, das ist einfach dann zu langweilig und das dauert auch ewig dann und das ist einfach unnötig. Genau. Also wir werden euch nicht mit irgendwelchen Pilzesammelquests, ähm, äh, belagern. Genau. Das machen wir dann schon in aller Ruhe so unter uns. Okay. Was wir aber auch machen ist, wenn Daniel sich eine neue Rüstung zum Beispiel craftet und alles, das machen wir auch nicht, äh, off-air, sondern das machen wir dann on-air, wenn man die Teile zusammen hat, dann geht er in die Schmiede und dann macht ihr das, äh, könnt ihr das dann zusammen machen. Was ich alles mache. So, so. Ja, ja, du machst alles. Ja, ja. Mhm. So. Bling-Bling ist bereit und möchte. Bling-Bling ist bereit. Willkommen! Willkommen! Ich hole mir mal die neueste Hauptquist, die ich machen kann. Ähm, aber ich habe jetzt so ein bisschen die Vermutung, dass ich trotz alledem erstmal wieder dann irgendwo... Die Cutscene? Die Cutscene angucken muss, genau. Die beste Art von Quest. So, was müssen wir denn da eigentlich machen? Ähm, in der Wild... In der Wildturm-Ödniss wurde etwas entdeckt, das wohl der Zora Magdaros zurückgelassen hat. Jäger der Fünften, schützt unsere Gelehrten, wenn sie... Wenn du sie zur Untersuchung eskultierst. Okay. Gut, ich, ähm... Toll, Escort-Quests. Ich liebe sie. Ja. Fiona hat eine Quest bekannt gemacht, ne? Gucken wir doch mal. Achso, ne, ja gut, aber ich... Du kannst doch noch nicht mit rein, du bist auch schon, weil Gruppenmitglieder 1-1 grad. Ich guck mal. Ich brech einfach schon mal auf. Ich warte, bis du irgendwann mal fertig bist. Bis ich irgendwann nochmal die Cutscene wieder entdeckt habe. Ja, genau. Und ich dann den... Dann dann die letzten 2 Minuten mit, äh, mitmachen darf. Das läuft zumindest schon mal hin. Vielleicht, äh, ist das ja schon die entscheidende. Oh, ein anderes Gebiet. Ist das so wüstenmäßig? Ja. Ah, du bist schon im Zorngebiet. Das ist cool. Die Wildturm-Rhythmus. Was musst du da genau machen? Ähm, Escort-Quest. Also. Nun gut, dann warte. So. Also, die Dings ist bei mir grad, ähm, durch. Ich schau mal kurz, ob ich jetzt ein Signal irgendwie machen kann. Die Schlacke wurde im Wüstenteil der Wildturm-Mütnis gefunden. Führe uns unversehrt dorthin, Partnerin. Äh. Ne, da steht's bei mir. Ich muss warten, bis die Zwischensequenz gelaufen ist. Dann warte ich ganz brav. Mein kleines Eckchen. Die Umgebung hier ist vollkommen anders als die im uralten Wald. Und dann komm ich wie ein Wirbelwind dazugeschossen. In bling bling und mit, äh, in der Sonne gleitend nach unten. Und, äh, ja. Mach die Schode mal deines Lebens. Meine Güte. Du bist ja so ein richtiger... Poet, ne? Das war total verhaspelt. Ist gut. Ja, 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 ja. Ja, die schieben halt so langsam ihren komischen Wagen, ne? Das Wasser versickert im Sand, sammelt sich in tieferen Schichten und bildet so einen Sumpf. Ja, ja, du lernst gleich jemanden kennen. Endlich geht's mal bergauf. Also Humor hat ja auch die Wildexperten. Jetzt kommt schon meine liebe Wildexperten. Leg dich ins Zeug. Endlich geht's bergauf. Und dann schiebt man den Wagen bergauf. Ja, ich glaube, das Spiel ist fast ein bisschen dafür gemacht, dass man halt, ähm, die ganzen optionalen Geschichten dann halt, ähm, dann halt zusammen macht, ne? Sie haben sich hervorratend an die Trockenheit angepasst. Selbst die Pflanzen haben gelernt zu erleben. Naja, Hauptquests scheint ja wirklich ein bisschen zäh zu sein, so. Und was denn würde mich jetzt mal interessieren? Wenn du grad sowieso ein bisschen Zeit hast, ähm, wenn du bei dir immer die Karre aufrufst, dann sind bei mir... Als ob ich Zeit hätte, ich, ich, äh, ich suche mir schon was an, da werde ich immer ärger. Mhm. Meinst du, ich stehe hier langweilig hier rum, oder was? Natürlich. Warte, ich, äh, brauch zwei Minuten, dann beantworte ich dir, hoffe ich, jede Frage. Eigentlich hab ich nur eine. Da, der Wildturm! Da werden wir finden, weshalb wir gekommen sind. Wird das so ein bisschen die Katze in der Situation sein? Aber bis dahin ist es noch ein Stück! Und weiter geht's! Ähm, wenn du auf die Karte schaust, oder auch auf die Mini-Map zumindest, hab ich dann immer so, so ein paar Zahlen hinterlegt. Und ich hab so das Gefühl, dass das irgendwie so eine Levelanforderung oder sowas ist? Ne, ne, ist keine Levelanforderung. Weißt du, was das ist? Ja, warte, 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 warte. Sag ich dir gleich. Hab nur grad, ähm, alle zwei Dolche voll zu tun. Sagst du dir wieder einen Schnitzel für heute Abend, hm? Na ja, wenn du mich nicht dabei haben willst, dann, 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 dann beschäftige ich mich mit mir selber. Wahrscheinlich musst du dir für deinen 200 Gramm Schnitzel wieder irgend so ein 10 Kilo Viecht sterben. Alle, seid vorsichtig. Oder 100 Kilo. Zehn Viecher, ne, zehn Viecher. Bin grad auf Großwildjagd. Beschütze die Forscher. Na gut, dann gehen wir da mal ja hin. Ähm, was haben wir denn da? Oh, da fliegt was. Arathian! 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 Ist ja klar, wenn ich eine Escort-Quest mit Wagen mache, dann, ähm, kommen irgendwelche Flugviecher. Natürlich! Ruhig bleiben! Ruhig bleiben? Und um sein Leben rennen! Los, los, los! Durchdach! Kannst du mit deiner Schleuder ja etwas Lärm machen, um sie abzulenken! Ach komm, jetzt kaputt. Schleuder? Ähm, fuck, wie setze ich denn eine Schleuder ein? Ähm, linke Maus, äh, Quatsch, linke Maus, da haste. Ähm, LT. Zielste. Glitzkopf. 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 Oh, ich hab das in Lügen gemacht. Glitzkopf. 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 Ja, was erwartest du, wenn du's beschießst? Glitzkopf. Glitzkopf. Ja, cool, dass du mich beschossen hast. Mach weiter. Die Katze kämpft Ich hau mal drauf, mal gucken was passiert Vielleicht kriege ich es ja platt Das hat nicht geklappt Den sind natürlich schon eine Katze Ich glaube nicht Keine die uns irgendwie Dann mach doch selber Autsch, Autsch, Autsch Was hast du vor? Feuerspein? Du hast ja wohl nichts mehr alle Tassen im Schrank hier Oh, es ist so davongeflogen Die in den Unterlagen der Gilde verzeichneten Ich frage mich Wie viele Jahre so eine Westgeburt braucht So, ich kann noch nicht zahlen So, jetzt muss ich mal meine Escort-Heinis wiederfinden Was ist das? Oh, nix Ich hab den Machtsamen aufgesammelt So, ähm, wo sind wir mit dem blöden Wagen jetzt hin? Ach, da unten Lassen wir mich dann mit dem Viech kämpfen und rennen da erstmal 10 Kilometer weiter Ach so, du meinst die Zahlen 1, 4, 9, 10 und 12 Und das sind einfach nur die Gebiete, die sind unterteilt Für die bessere Navigation in der Gruppe Das hat nichts mit Level zu tun Ach so, das ist einfach nur, okay, ah, okay Wenn du saßt, ich bin im Gebiet 6 oder irgendwie sowas Oh, da haben ja noch gar nicht dran gedacht, das so zu machen mit dir Ja, siehst du mal Ja, gut, du weißt ja, ne, Logik und ich, das steht sehr oft auf Kriegsfuß Ne, ich hab mich vorhin schon gewundert, äh, gestern schon gewundert, zahlen, welche Zahlen, was meint denn der jetzt? Ne, ne Ja, was machen wir denn jetzt Schönes mit mir? Ja, hm Das ist ein bisschen unbefriedigend, dass du da immer so spät oder irgendwie teilweise scheinbar auch gar nicht in die Hauptquests reinkommen kannst Und jetzt bin ich an diesem Jetzt ist wieder Cutscene Ja, ich guck halt ab und zu mal, ob ich beitreten kann Ne, noch nicht Ja, noch läuft sie Ich mein Ich da, ich hab da 2520 Centis zu verdienen, also die will ich unbedingt haben Ja, ja klar, Badot Ach du Scheiße, das ist aber schon ein bisschen größeres Teil Ayo Sagen wir's mal so, die Viecher werden in der Regel nicht kleiner Okay Hat mein Charakterin ihr jetzt, äh, ne Frucht ins Auge geschossen Ich schätze mal, dass es nicht am Minus jetzt Hallo Ach was Reage ein Barot Oh, jetzt kann ich das Notload, jetzt, jetzt müsste es gehen Vorletzte Zeit kann ich Notload, äh Das Zeichen machen Das Not, das Notload Ja Ich komme Ach du Scheiße Der, der Kopf, da prallt ja, da prallt ja Schläge prallen ja ab Ich fliege, wo bist du ungefähr? Äh, wüsste, ähm, acht Acht, okay, mal gucken, ob da in der Nebenlage ist Ich bin auch interessiert, ich bin nicht, das haut mich einfach da raus Okay So, ach, ach, ach Acht Da oben bist du Ich weiß nicht genau, was du dort in der Mission hast, wie du dort bleibst, aber Acht Du steckst im Schlamm fest Sieh zu, dass du das Schlamm Ich stecke im Schlamm Ja, 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 ja Ich pack das da auf den Boden und ich hänge, glaube ich, dann fest, oder was macht das? Es könnte ein bisschen dauern Ähm So, aber jetzt weiß ich was Ach du Das Licht ja alles hier in Schub in Asche Ach du Das Licht ja alles hier in Schub in Asche Also ich bin auch im Weg Mhm Ähm, du kannst, ähm, die Waffe, die du hast, dir dir gefällt, ne, die kannst du ja mehrfach bauen Und einen anderen, ähm, Weg dann quasi gehen, also, ähm, Ausbauweg Ja, ja, ja Für Elementarschaden, weil wenn du jetzt zum Beispiel einen Wassergegner angreifst und du hast einen Wassereffekt drauf, das ist natürlich sehr wirkungsvoll Ja, als es logisch ist, dann will sich Feuer drauf Na, wen haben wir denn da? Hallo Ich weiß nicht, was das für noch Ich glaube, das frisst gerade Sand oder so Quatsch Schauen erstmal die komische, das komische Möchtegernhorn da mal ab da Na dann viel Glück Weil das Möchtegernhorn, ähm, reflektiert schon, aber das, oder, was es reflektiert, aber es, es barriert schon Komm her du Lass dich das nicht lernen, wer schreit hat Unrecht Ne, ne, der lauteste gewinnt immer, das weißt du was Au Au Keine Ahnung Auf dem Kopf, Frau in der Town, das, das bringt gar nichts aus sich, dass es So eine tolle Blöpp-Animation bekommt Ich drück immer die falschen Knöpfe Ich verfluche dich, Assassin's Creed, ich verfluche dich Scheiß Steuerung Bin nur am fliegen, aber nicht im positiven Sinn Halt Darum feuchten sie schreien, also nach Menschenreide, wenn man mal irgendwo so vor Ohrstöpsel mitnehmen, oder so Das hat mir getan Nix zurückziehen Bleibst du da? hauptsächlich aufgeschlossen rückkehr zur basis in einem rückkehr das hat sich ja richtig gelohnt dass du jetzt mit eingestiegen bist entschuldige ich lasse mir das nächste mal zeit dann hast du mehr spaß mit ihm auch ich glaube so ganz schlecht habe ich mir jetzt nicht geschlagen gegen den teilen aber es hat halt ein bisschen gedauert auf jeden fall ja ja ich würde sagen da hängen wir gleich mal die nächste aufgerissen kurz kommst ja ich fühle mich voll vernachlässigt aber total weißt du dann mache ich mich hier schick und werde hier so für die letzten zwei minuten gebraucht es finde schon ein bisschen blöd gemacht war schön mit ihr gerne wieder ich habe gerade so eine kleine cutscene noch zu sehen mal wieder einsammeln. Achso. Entschuldige. Warte im lager auf uns Oh Medivh? Hey du Gehörst du zur fünften Flotte? Ein Wichter oder irgendwas Dann ist schon wieder eine ältestenwanderung im Gange Die Jahre vergehen schneller als ich sie zählen kann Ich bin auch ein Jäger von der ersten Flotte Dürfte ich dich bitten mir deine Geschichte zu erzählen? Suchen wir einen passenden Ort Geschichten erzählen bin ich sehr gut drin Also Mein alten Freunden geht's gut Ein Glück Scheint die guten Gelehrten sind unverbesserlich wie eh und je Wer nicht fragen darf Verfolgst du das Monster Das diese Spuren hinterlassen hat? Ich ebenso Es scheint so einfach Der Spur folgen und die Wahrheit herausfinden Nun Es war mir eine Freude Mein Lager ist ganz in der Nähe Es wird dir und den anderen sicherlich eine Hilfe sein Bitte richte Dem Kommandanten aus Dass ich In Sicherheit bin Aber eine Macht drängt mich voran Und ich will sehen wohin sie mich führt Falls du auch diesen Drang verspürst Werden sich unsere Wege wieder kreuzen Wenn das alles hier endet Also meine Katze tut mir echt leid Die rennt da mit einem Eiskostüm in der Wüste rum Wer war das denn bitte? Ha Die arme Sau wollte ich Gott sagen Ne die arme Katze Ja Abschlusszeit 11 Minuten Wahnsinn So Dann Sammle ich mal meine Belohnung ein Was ich bekommen habe Ja Mach das Komm Mal wieder zurück ins Lager Gut dich zu sehen Okay Begib dich sofort zur Wildturm-Ödnis So Jetzt ähm Nächstes ist wieder eine Wildturm-Ödnis Sag mal Bescheid Kannst auch ich Ich trau mich immer nie zu reden Weil ich nicht weiß ob eine Katzein da ist Ähm Nö Erstmal nur so ein nicht vertraubtes Gespräch Ich würde Ich würde mich vorlesen Was ist denn da los? Was ist das für ein Service? Naja Das ist ich Irgendwie bin ich da Ziemlich inkonsequent genannt Zugegeben Ähm MMM So Nimm unheimliche Schatten im Sumpf an Ähm Ja Was ist da? Da gibt es auch noch ein Ausrufezeichen Was will der? Achso Wir haben jetzt diesen komischen Oder ich habe jetzt diesen komischen Ähm Ja ich sag jetzt mal Ähm Vulkan-Klecks bei mir im Lager stehen Vulkan-Klecks Okay Ähm Das was wir bei der Escort-Quast Gerade eingesammelt haben Da war doch von diesem Mega Irgendwas Ähm Vulkan-Teil Was in der Wüste gestanden Achso Das habe ich gar Das sehe ich alles gar nicht Ja gut So Ich bin ja bei allem außen vor Ja Neue Quest bekannt So dann suchen wir doch mal gleich Die nächste Hauptquist Unheimliche Schatten im Sumpf Ja dann Was muss ich denn machen hier Ein junger Gelehrter wurde in der Wildtum-Irhythmus Von seiner Escorte getrennt Finde ihn und bring ihn zurück zur Basis Schalte große Monster aus Die eine Bedrohung darstellen Komm Da werde ich ja wohl sofort mitmachen dürfen Oder? Ich hoffe doch mal So Ich stelle da schon mal rein Warte bis die Zwischensequenz vorbei ist Ich brech mal auf hier Dann brech mal auf Ja es tut mir leid Ich bin da etwas schnippisch Ich will erst wenn du Erst komme wenn du deine Katzen hinter dir hast Okay Suchen wir den Gelehrten Er muss eine Spur hinterlassen haben Ach je Jetzt muss ich den erstmal finden Anhand von Spuren Na das kann ja witzig werden Der Sumpf Der ist Ähm Weißt du was ich mach? Ich reise einfach in dieses Gebiet Geht das? Also wenn du dann scheinst Dass du dann quasi direkt da in der Nähe bist? Ne kann ich nicht Da muss ich wieder ins Lager Aber ich kann dir schon mal sagen Wo es ist ungefähr Dass du die Spuren schon mal findest Irgendwelche kleinen Sorry Ach da ist wieder so ein kleines Teil Sonst wollte ich vorhin es mal einfangen Ah fang jetzt Komm her Komm her Geh aus dem Weg da Du großes Tier Ach jetzt ist es im Gebüsch Und ich seh es wieder nicht Oh man ich bin zu langsam Gewesen Also du wirst es höchstwahrscheinlich Im Gebiet 10 finden Im Gebiet 10 oder 9 Ah es bleibt da Okay das brauche ich nicht anfangen Verdammt Ich halte mich hier gerade mit irgendwelchen sinnlosen Sachen auf Ja alles gut Warum läuft hier ein kleiner Kaktus? Hä? Den hatte ich ja noch nie gesehen Äh Verflixt wenn ich ein Fangnetz mache Warum verbrennt das Viech dann? Keine Ahnung Ich wollte es jetzt nicht töten Eigentlich wollte ich es Wolltest du streicheln? Ja dein streicheln kenn ich Mit dem Großschwert ne? Ist schon klar Mit dem Katana Bäm Ach da hinten ist noch eins Ich probiere es nochmal Vielleicht geht es ja besser Ach ne Habe ich es jetzt Ach nein Ich habe die falsche Achso ich habe einen Stein geworfen Ich habe sie mit dem Stein getötet Verflixt Ja und du wunderst dich warum es drauf geht Ja mal schauen Ich gucke mal ob hier noch eins rumrennt Ich will so ein Tierchen haben Ach es ist Ach Gott Ich denke mir die ganze Zeit Warum schieße ich denn Oder warum verschieße ich Feuer Sagen ich Ich wollte doch eigentlich nur Ein Stein Äh Gott Ach da ist noch Da sind noch zwei Was mache ich denn jetzt mit dem Ei? Achso Wir sollten ja reich werden Ha Jawohl Schäferhase Ach das Ding Dieses Tier hastet oft enge Wege entlang Folge einen und du findest vielleicht Eine neue Abkürzung Ja Okay aber jetzt Soge ich erstmal irgendwelche Spuren Wie gesagt Diese mehrfach Einzufangen Also Ja du kannst die ja In deinem In deiner Behausung Kannst du die dann quasi Als Haustiere halten Alle? Ja nicht alle Ich glaube maximal Fünf oder vier Oder irgendwie sowas Also wie gesagt Gebiet neun oder zehn Sind sie Ist es Äh Wenn es das ist Was ich glaube Okay Ich gehe schon mal parallel Auch dahin Vielleicht kann ich es ja auch schon Töten bis du es gefunden hast Also bei mir zumindest Moment mal Was ist das da Also ich bin auf jeden Fall Schon mal in Richtung Ähm Gebeten Was ist mit dem Stehkäfer los? Ähm Was ist das? So ist noch Ich Glaube ich Halt Ah ja Bei mir ist es In Gebiet zehn Smaragd Helm Krabbe Ein schönes Christendier Das schlecht Wetter lebt Obwohl noch Seltener Als seine Namenswetter Ja dann ist es Natürlich In meiner Behausung Sehr gut Aufgehoben Weil da regnet es nie Oh Fußspuren Noch mehr Fußspuren Schlammspuren Aber auch für die Hauptquests Hat man ja nur eine bestimmte Anzahl Zeit Also habe ich ja auch noch 50 Minuten Ja ja Aber das ist immer sehr Großzügig Bemessen Ja Trotzdem verstehe ich jetzt nicht so den Sinn dahinter Warum ich da Ähm Runterkaktus Warum es da ein Zeitlimit gibt Weil im Endeffekt ist ja damit niemanden geschadet Wenn man Das Ähm Ja ohne Zeitlimit machen könnte Ja aber es ist auch egal oder Also ich meine ob jetzt Zeitlimit oder nicht Du bist eh häufig Du kannst ja Du kannst ja lose in die Welt rein Da sind die Monster ja auch da Und kannst du dann so jagen Ohne Zeitlimit Das geht ja auch Hm Ja Hm Eigentlich auch wieder wahr So Was machen wir denn jetzt hier Ach und diese Spellkäfer Das ist ja quasi einfach nur diese grüne Spur Dann immer die dann irgendwo Genau Genau du kannst Äh wenn du die Karte aufmachst Kannst du ja einen Fixpunkt setzen Und dadurch die Spellkäfer hinführen Genau jetzt habe ich nämlich mal verstanden Was das eigentlich ist Überhaupt erst mal Was ist das denn da oben Keilkäfer Kann ich denn vielleicht Nee da ist das Seil Äh hoppla Achso da kann man sich rein krallen in den Käfer Okay Vermisst der Gelder Ist hier irgendwo Ich glaube Ich glaube Ist sie da Moment mal Da ist Ist das der Gelärte Woneben sitzt er da Sieht aus wie ein Ein Barot Da schwimmt was Ah Katzin Sehr schön Ich habe den Gelärten gefunden Er darf mich nicht finden Er darf mich nicht finden Das sieht fast aus wie wenn er ein bisschen von Johnny Depp gespielt werden würde Ich habe ihn gesehen Und er hat gut Beute gemacht Nein Der Juratodos Der hat den Barot nicht getötet Das war Uuuu Was tauchst du da auf Ui Ach du Was bist du denn für ein Kumpel Der zieht mal den kompletten Barot ins Wasser Oder den Tümpel Oh Muss ich den jetzt kaputt machen Näh hilfreich ja Hallo Du auch hier Wie kämpfe ich denn gegen was was aus dem Wasser guckt Äh Jura Totos Ach wie Ja ich glaube auch Notrufzeichen Du darfst mitbekommen Was Okay jetzt musst du dich zwei Minuten gedulden Ich habe den fast weg Ähm Ah jetzt ist er nochmal am Land Was spitzen der da für eine Scheiße hier schon wieder Ja Ja da würde ich nicht auf Der hat schlecht Gib mal Gebrüßstückt heute Oh Gott Also was auch Ich komme Ähm Oh nein Da bin ich doch keiner rein Ich fliege Huch Kriegt er mich einfach hier Okay Bam Da ist einmal mein Katana explodiert Na Oh wenn ich mich nicht immer verklicken würde Ähm Schadenszahlen wahrscheinlich Das Orangene ist Ähm Ich kann ja Warte mal um die Gestalt zu sehen Kannst du das automatisch oder musst du das einfach mal irgendwas machen Näh näh Ich brauche Ja wenn wir die Schadenszahlen orange sind Dann ist es wahrscheinlich irgendwie kritisch Nämlich an Ja ist effektiver So Ich fliege Oh Nein Viola kann sie nicht bewegen Ne ich bin wieder verheiß Hui So Das ist ja auch Ein komischem Zümpel hier Äh Nein Ich suche es da Ne 10 Um auch dann so rumzuspucken Das ist ziemlich ungewöhnlich Ja ne ich mich Limberkäfer Gut euer Werk Führt mich dahin Führt mich zum Schotter Hup Sieht aber sehr professionell aus Was sollst du da treibst Soll ich dir helfen Wie Willst du mir hier etwa Äh 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 Ich dachte ich bin da um dir Äh Hier Vor Ja ich dachte ich bin da um dir Tipps zu geben Ach soll ich jetzt eingreifen Also gut dann komm ich halt gut Keine Ahnung Keine Ahnung also wahrscheinlich Das ging eh schon so vergräst hinüber Weiß es nicht Neh das sieht noch ganz frisch aus wenn ich seine Anzeige mir angucke Ich schaue da aber schon drauf in diesem Klödel Ja Und das ist auch immer so orange Also so viel unkritisches war da noch dabei glaube ich Das geht nicht darum Ob kritisch ist es genau um wieviel er verdreht Einiges Ja Jetzt haut er ab hier ne Jetzt Ja ja er fluchtet er fluchtet Ist schon mal ein gutes Zeichen aber er ist noch relativ fit Ja 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 wir wollen uns noch nicht ausruhen Apropos ausruhen Bin platt Hä wo ist du hin? Ach da hoch? Na Wacht das mal richtig professionell Ich sammle hier einfach mal ein paar Spuren Dann finde ich das Teil auch wieder Denk ich mal Ich würde es Blitze Blitze Kleiner Star Na sehen wir wie das Gute nachgeht Yo Na was ist denn los hier Zuckerpuppe raus mit dir Hey ja Du musstest es ja beschwören ne So habe ich das eigentlich nicht gedacht Das sieht man wo der jetzt nicht rumkommt Unterm Boden Ja der macht wieder Blödsinn Der will doch nur spielen Ach so wenn du den rechten Stick reindrückst ne Kannst markieren Ja Ist er glaube ich eh schon bei mir Nein ich meine im Kampf Also Dann du deine Figur auch primär auf ihn drauf schlagen Ach so Oh ok Das ist ja mal ein guter Hinweis Weil ich gucke immer irgendwo hin und Häufig treffe ich ihn aber nicht immer Oh der ist ja voll auf Wanderschaft Endet schlafen So können wir den fangen theoretisch Warte mal Warte mal Wir probieren mal was Ich weiß nicht ob das klappt Meine Katze schwimmt da auf so'n Zeug drückgegen Ne ich kann ich Ich kann es nicht Ist ja geil Dann müssen wir schlagen Ja ups Warum haben wir da überhaupt auf das Haus Ach da hin ist es los Oh Huch Dafür dass er noch so fit ausgeschaut hat Ist er jetzt ziemlich müde Aber ich werde das Gefühl nicht los Dass mit diesen Dorn etwas absolut nicht stimmt Gut ich habe jetzt gerade Ich glaube sieben, acht, neun Schläge Hineinander jetzt Mit A5 mal Treffer 100 Schaden rausgejagt Ich habe keine Ahnung Wieso die das jetzt so gemacht hat Aber gut Dabei habe ich noch gar nicht meine stärkste Waffe ausgewiesen Was ist denn da los? Das ist noch nicht mal meine endgültige Form Ja genau Kamekameha So Dann würde ich sagen Waren das zwei erfolgreiche Hauptquests Und wir machen da mal einen Break, oder? Ja Bei dir geht es ja gleich noch mal weiter Würde ich sagen Denke ich mal, ne? Genau Die Katze nehme ich noch mit Wenn da jetzt was kommt Und Aber dann verabschiede ich mich schon mal Und dann geht es mit der nächsten Folge dann weiter Ich gehe wieder zurück ins Hundehütchen Ich warte bis du Ich rufe dich dann wieder, ne? Bis dann Ich rufe dich dann wieder zurück ins Hundehütchen